Eingebettet in die idyllische Landschaft des Bergischen Landes und nur sechs Kilometer südlich von Wermelskirchen liegt Dabringhausen, nahe am großen Erholungsgebiet rund um die Dünntalsperre. Hier bietet sich Ihnen die Gelegenheit zum Kauf eines Zweifamilienhauses, das sich hervorragend auch als Einfamilienhaus nutzen lässt. Das fast 1200 Quadratmeter große Grundstück in sehr guter Nachbarschaft und mit perfekter Sonnenausrichtung ist pflegeleicht angelegt. Trotz der grünen Lage sind Kindergärten und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und die größeren Städte der Region schnell erreicht. Das Erdgeschoss umfasst 120 Quadratmeter Wohnfläche, zurzeit als Vierzimmerwohnung mit zwei Bädern konzipiert. Das Erdgeschoss umfasst 20 Quadratmeter Wohnfläche, zurzeit als Vierzimmerwohnung mit zwei Bädern konzipiert. Untertitelung im Auftrag des Missions Erdgeschoss umfasst 23ai Die Raumaufteilung lässt sich sehr leicht Ihren Wünschen anpassen. Ein großer Vorteil, gerade wenn Sie das Haus als großzügiges Einfamilienhaus nutzen möchten. Die weitere Drei-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss mit Balkon und riesiger Dachterrasse könnte dann zum Beispiel zur Kinderetage werden. Insgesamt stehen Ihnen im Haus 185 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Und dabei sind die Terrassen noch nicht mit eingerechnet. Das Haus ist vollständig unterkellert, wobei der Keller aufgrund der leichten Handlunglage in weiten Teilen wie ein Erdgeschoss wirkt. Hier findet sich noch ein wohnlich hergerichteter Raum, der sich als Jugend-, Gäste- oder Arbeitszimmer mit direkten Zugang von außen anbietet. Damit liegt die Gesamtwohnfläche schon über 200 Quadratmeter. Erwähnenswert ist auch die in dem Kellergeschoss befindliche Doppelgarage mit großem Werkbereich und Tageslicht. Mit diesem Eigenheim wohnen Sie in idyllischer Landschaft, dort wo andere zur Kurzerholung extra anreisen und profitieren zugleich von einer guten Infrastruktur mit guten Anbindungen an die umgebenden Städte. Fordern Sie ausführlich Informationen zu diesem besonderen Angebot an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahmen. und werde ich in hohe Bernd Säten zwar nochmals über eine Ursache, wenn es in der Welt gibt, Aber wir können nicht nur in der Mitte unserer Zeit,